Gut, wir haben noch sechs Sekunden! Was ist denn los? Der springt nicht mehr an! Was? Warum nicht? Ich weiß es nicht! Ich weiß nicht, was er hat! Da, sieh mal! Das Benzin ist alle! Du blöder Schock! Schreie ab! Eine neue Eiscreme wird sie verführen. Icestelli. Neuer, zarter Eiscreme-Genuss, der verwöhnt. Ein Meer von Cremigkeit. Icestelli. Und die Welt herum versinkt. Icestelli. Original italienische Eiscreme-Kunst. Smild, somild, zu junger Haut. Smild, somild. Smild, die milde Pflege von Bübchen. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Farbenklecks in meinem grauen Grau. Du bist das Hänschenklein in meinem Kinderlied. Merci, dass es dich gibt. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Du bist der Birbelsturm in meinem Wasserglas. Du bist in meinem Lieblingslied. Die Melodie. Merci, dass es dich gibt. Was sucht dieser Mann? Er sucht ein Zeichen. Das Wollsiegel. Check its rule. Win New York. Teilnahmerkarten im Handel oder bei Wollsiegel Düsseldorf. Ja, Kartoffelgratin. Selbst gemacht. Ja, von Fanny. Die neuen Kartoffelgratins. Freu dich auf Fanny. Also, ich hab jetzt die Eurocard. Denn bei Schnäppchen muss man zuschnappen können. Einer von über 70.000 neuen jeden Monat. Eurocard. Deutschlands meiste Kreditkarte. Mh, Kartoffelgratter selbst gemacht? Ja, von Fanny. Nee. Die neuen Kartoffelgratins. Freu dich auf Fanny. Er repräsentiert eine neue Generation von Rasierern. Mit umweltfreundlichen Akkus für mehr Rasierkapazität. Mit Sensorschliff für eine noch gründlichere Rasur. Und er ist einer der leisesten Elektrorasierer der Welt. Der neue Fili-Shave. Kontrollierter Fanny-Anbau. Für die neuen Fanny Kartoffelgratins. Freu dich auf Fanny. Neu für die Spülmaschine. Der Frosch-Geschirrreiniger. Mit Tensiden auf pflanzlicher Basis. Neu, der Geschirrreiniger von Frosch. Das schmeckt super moos und ist riesig und groß. Super Dickmanns. Warum ist Dickmanns? Was ist super und frisch und muss sofort auf den Tisch? Super Dickmanns. Boah, ist der Dickmann. Welcher Spaß ist so herrlich, welche Küsse so herrlich? Super Dickmanns. Mh, ist der Dickmanns. Guck mal. Konica. Konica macht einfach gute Fotos. Servieren Sie Ihrem Wilhelm doch mal das Schweizer Nationalgericht. Zürcher Geschnetzeltes. Auf Spitzen lag gucken. Immer eine gute Idee. Reisfit. In meinem Job ist es wichtig, den ganzen Tag frischen Atem zu haben. Und da ein Tick-Tack meinen Atem zwei Stunden lang frisch hält bei nur zwei Kalorien, ist Tick-Tack mein ständiger Begleiter rund um die Uhr. Tick-Tack. Tagesfrische im Zwei-Stunden-Takt. Carré Président. Elegant und raffiniert. So echt französisch. Einfach delikat. Carré Président. Klassisch aus Frankreich. Oh, wie verführerisch sind Schokokrasis. Wie sie zack schmelzen und dabei knuspern und widerstehlich Schokokrasis. Kühne rote Grötze. Kühne? Schmeckt. Komm, steh ich hier und singe, passieren eins, zwei, drei. Die sonderbarsten Dinge mit Hotpop-Nabereien. Die winzig kleine Tüte wird plötzlich riesengroß. Denn in der Mikrowelle wird Popcorn ganz famos. Komm, auch du greif zu. Hültjes Hotpop ist der Clou. Le nez, die nase. Fantastisch. Les yeux, die augen. Faffurerisch. La bouche, der Mund. Mh, kastlich. Das ist gut? Das ist gut. Geramon, imma Faffurerisch. Das ist gut, das ist gut. Geramon, Geramon. Wenn einem so viel Gutes wiederfährt, das ist schon einem Aspach uralt wird. Zwei Mal Restaurante, aber Pasta bitte. Lasagne, Cannelloni. Schmeckt wie beim Italiener. Man nehme Dr. Wittger. Jetzt gibt es sie. Magic Drinks von Pico. Sie sind hundemüde. Espresso Grande. Ihnen ist heiß. Eiskaffee Klassik. Und genauso magic ist Kaffee Olé Heselnatt. Schokolade, Sherry, Cappuccino, Maretto. Saugut. Schmecken auch all die anderen Sorten. Aber das Schönste ist die kinderleichte Zubereitung. Ein bisschen Wasser. Umrühren. Fertig. Pico Magic Drinks. Neu bei Chivo. Das ist das zweite Mal, dass du mich packen nennst. Hast du ein Foto von deiner Mutter da? Vielleicht erinnere ich mich an sie. Ich habe sicher die Hälfte aller Huren an der Ostküste gefügelt. Sean Connery. Eine Million Dollar. Halt nur meinen Sohn aus deinem kriminellen Plänen raus. Und das ist meine Idee. Diesen Vito, das ist der, von dem er ist ein Tierkind. Er hat eine Pistole. Willkommen in der Realität. Dustin Hoffman und Matthew Broderick. Ich hoffe, er weiß, wo er hin muss. Das ist seine Show. Family Business. Morgen 20.15 Uhr auf ProSieben. Wo ist Faith? Zieh's weg. Mit deinem Taxi. Hallo. Dauer. Ah, ah, ah. Oh, ey, oh. Oh, ey, oh, ey. Oh, ey, oh, ey. Dauer. Au. Die Tür. Was ist mit dir? Sie ist offen. Ach. Wenn Sie unsere Sprache verstehen. Du kommst voll und da rum. Wenn Sie die Ambulanzi. Du kommst voll. Oh, ey. Oh, ey. Oh, ey.